Tan-tan-tan-tan-tan Tan-tan-tan-tan Tan-tan-tan-tan-tan So, das heißt... Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. Äh, dann kannst du eigentlich hier bleiben. Nehmen wir nämlich dich. Da muss ich ja eh rumladen. So, dann würde ich nämlich ganz gerne erstmal hier 10, 20. Und dann gehen wir mal hier hin. 10, 20. 10, 20, 30, 40, 50. Und dann machen wir hier mal den da. Und dann kommt der Spaß wieder runter und der Spaß wieder hoch. Zack, zack, wunderbar. Und dann flitzen wir mal hier hoch. Damit wir diese Erzmine da auch ausbeuten können. So, wir müssen nochmal nach der Nahrung gucken. 38, 35. 38, 35. Wenn wir schon mal dabei sind. Neues Schiff. Wenn wir schon mal dabei sind. Neues Schiff. Ah, die ist schon da. Das ist ja schön. Sehr zuverlässig, die Reliance. Bam. Bam. So, dann würde ich hier mal sagen. Eine tiefe Erzmine. Wutsch. Wutsch. Pitsch. Und Pitsch. So. Will ich das Erz gleich wegbringen? Zack. Warum denn nicht? Dann ist es auch erledigt. Und raus damit. Und los geht's. So, was haben wir hier oben noch? Tabak hätten wir. Oh, Tabak hätten wir hier. Das heißt, ich könnte hier Tabak bauen bis zum Abwinken. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ah, er macht jetzt halt auch die ganze Zeit die Großen. Das wird noch ein toller Kampf, ey. Spielstand gespeichert. Auch wenn ich's immer Krieg nenne. Es ist ja noch gar keiner. Da, da, da. Die Sache mit dem Holz. Ah, warte mal. Ja. War jetzt vielleicht auch nicht ganz so clever, was ich da eigentlich gemacht hab. Nehmen wir dich doch nochmal. Und flitzen nochmal hier hoch. So, und dann schauen wir mal. Ah, was wir da so haben. Was haben wir denn da eigentlich? Zwar haben wir zwei Tonnen schon. Das heißt, die Reliance müsste eigentlich... Ja, eigentlich wär das eh viel sinnvoller, mich in die Nordhälfte zu orientieren. Die hat immer noch keine. So, was ich aber auf jeden Fall mit dir machen wollen würde. Ach. Das Routing von den Schiffen ist manchmal echt super blöd. So, jetzt kommst du mal hierher bitte. Gehst nochmal da runter. Dann sagen wir hier nochmal ausladen und ausladen. Und dann kannst du wieder auf deine Rote gehen. So, und da oben haben wir auch noch einen. Der lädt jetzt den ganzen Schotter wieder ein, den wir da hochgetan haben. Und dann bist du... Hier bitte hingeflutscht. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Mission so ein riesen Trara war. Also ich hab die wirklich gar nicht so übertrieben schwierig in Erinnerung, muss ich sagen. Also nicht, dass sie jetzt übertrieben schwierig war, sondern ich einfach blöd gehandelt habe. Aber trotzdem, dass der so endlos viele Schiffe gebaut hat... Da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Da kann ich mich echt nicht dran erinnern. Ja,uck mal. Genau, wunderbar. Okay. Naja, bleibst du jetzt stehen? Danke. Okay, ich glaube, es gibt jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich viel Spannendes, was jetzt groß passieren könnte. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich hier jetzt nicht einen Schnitt mache und sage, ähm... Und sage, hast du jetzt Ärzte dabei? Ja, wunderbar. So, und ich könnte jetzt natürlich sagen... Oh, ich will nach Tabak gucken. Ich will nach Tabak... Stoff ist perfekt. Tabak ist... Na gut, das heißt, was verkaufe ich denn eigentlich? Warum habe ich so hohe Verkaufserlöse? Verkauf Steine und das war's. Oh, Mann. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ein Schiff wurde fertiggestellt. Das ist schön. Düsen wir nochmal da runter. Was kostet das eigentlich? Ich produziere das immer nur, um nicht zu gucken, was es eigentlich wirklich kostet. Deswegen finde ich das eigentlich immer so witzig. Ähm... Wenn jeder von sich aus gesehen auf seine Seite fährt, auf seine rechte Seite, dann gibt's nie ein Problem. Ihr Spacken. Ihr Spacken. Okay. Also, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Deswegen würde ich davon ausgehen. Deswegen würde ich davon ausgehen. Wie viel haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also, lachhaft wenige. Okay. Also gut. Wie auch immer, ich denke, ich werde erstmal versuchen, eine Armada aufzubauen. Vielleicht nicht unbedingt mit diesem kleinen Gezupperschiff da drin. Sondern ich werde mal versuchen, eine kleine Armada aufzubauen. Ich denke nicht, dass da groß was passiert in der Zwischenzeit. Was wir natürlich machen können, ist, wir können nochmal zu den Piraten fahren. Und ihnen einen kleinen Auftrag erteilen. Und sie werden dann das so zu Hause geben. Und sie werden dann mehr weg raus. Und sie werden dann auch nicht Jimmy verbunden. Und sie werden dann in der Zwischenzeit-Gehreise-Spieger Und sie werden damit durchgehen. Und sie werden dann gleich wieder zurücklassen, Und sie werden dann auch nicht mehr auf Familienraten-Gehreise-Greise-Greise. Und dann geht es gleich wieder aus. Und dann ist es jetzt noch ein Beispiel, Wenn sie dann auch noch einen großen Teil wiederholfen, und dann kommt sie mit einem kleinen Kontakt. Ich weiß nicht, dass ich da was bauen möchte. Greif mich nicht an. So, genau. Jetzt haben wir ein bisschen Kohle, aber okay. Das macht mir jetzt eigentlich gerade im Moment nicht so viel aus. Ich denke, wir haben genug. Ich meine, man muss es nicht übertreiben mit den Punkten und allem. Ja, wir haben einen Barvermögen-Bonus von 1000. Siegte Gegner-Bonus haben wir auch. So. Das Entscheidende für mich ist halt, dass er den Gegner ein bisschen dezimiert. Eins, zwei, drei. Das ist halt... Der baut halt Schiffe bis zum Abwinken, ja. Schnuffel. Ähm... Wir sollten noch ein Auge drauf haben. Was haben wir gelernt? Oh Gott. Die Tabakwaren gehen schon wieder zur Neige. Das bringt nichts. Wir müssen echt richtig ordentlich Tabak machen. Ich meine, es ist gut, dass wir die Insel da oben haben, wenn wir da halt wie wirklich Tabak anbauen können. Aber es ist einfach traurig. Schlicht und ergreifend, es ist einfach traurig, dass meine Leute so viel rauchen. 21 Tonnen, 19 Tonnen. Es bringt mich nicht wirklich weiter. Und Holz brauche ich auch mehr. Das bisschen Holz hier, das ist einfach für die Tonne. Okay, gut. Also ich stehe auf jeden Fall vor 2, 3, 4, 5, 7 Herausforderungen, äh, denen ich mich noch stellen muss. Ich denke, an dieser Stelle mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Mal schauen, ob ich bis zur nächsten Aufnahmepause nicht eine gigantische Flotte mir zusammengestellt habe. Ähm, die es mir dann hoffentlich, juhu, ich hab wieder Holz, die es mir dann hoffentlich ermöglicht, den Gegner ein bisschen zu plätten. Und zwar sukzessive, weil ich will ihm ja peu a peu diese ganzen Schiffe platt machen. Ähm, ich hab so das Gefühl, es kann tierisch nach hinten losgehen. Allerdings werden wir das dann halt, äh, in der nächsten Aufnahmesitzung mitkriegen. Ich denke, ich werde dann halt, also ich glaube nicht, dass es groß Sinn macht, jetzt hier diesen langwierigen Kampf, Krampf zum Aufbau einer Armada, ähm, mit zu begleiten. Und wenn ihr natürlich sagt, ah, doch, unbedingt, mach das, nichts wegschneiden, dann meint es. Freue ich mich, habe ich mir Folgen. Aber im Endeffekt, ach, ich und meinen Mausfinger, die mögen sich gar nicht. Also, wie gesagt. Wie gesagt. Ich denke nicht, dass es groß Sinn macht, ähm, den Aufbau meiner Armada zu begleiten. Wer sich das jetzt echt noch Stunden hinziehen kann. Also, wir sind jetzt bei zweieinviertel. Und ihr habt ja das letzte Mal mitgekriegt, so wie ich kämpfe, dauernd kämpfe ewig. Ich gewinne sie zwar, aber sie dauern echt ewig. Und es ist echt kräftezehrend, nervenaufreibend, muss andauernd neu singen. Dann gehen die Ressourcen wieder alle, dann ist dieses wieder los, dann ist da was kaputt. Dann ist hier wieder bla bla bla. Ah, das ist echt nervig mit der Zeit. Also, das Kampfsystem in Annovo finde ich wirklich extrem zäh. Ich meine, es ist insofern sympathisch, als dass man die Leute nicht einfach gleich mal so wegrotzen kann. Auf der anderen Seite, wenn man eh schon verloren hat. Was ist denn mit dir los? Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ach, da war ja auch noch was. So, was ist seine Route? Schiffsreparatur beendet. Ja, okay. Gut. Dann plane ich für dich halt mal eine Nahrungsroute. Nahrung gab's hier. Nahrung. Gab's sonst noch irgendeine Nahrung? Hier nicht. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Hier nicht. Hier auch nicht. Das heißt, du kannst dann eben daheim und die Nahrung abliefern. Cheerio. So, dann würde ich ganz gerne mal zu Moby gehen. Und sagen, hey Moby. Ach, da gab's auch noch Nahrung. Wo ist denn das? Ach, da oben ist das. Okay. Welches war denn die andere gerade? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, genau. hier jemand anderes ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen so, und das heißt du könntest eigentlich auch mal reparieren gehen so, dann würde ich dich mal gerne nehmen und dich zack, 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 zack also wie gesagt, das ist jetzt alles Schadensbegrenzung was ich jetzt hier noch so panisch veranstalte bevor ich speichere, weil Spielstand gespeichert das nächste Mal, wenn ich dann ja wieder ein welchen nicht gespielt habe ist dann ja auch wieder totale Panik ok, wo ist mein Mobi? Mobi ist da, ne? so, dann lade das Zeug doch mal ab und dann geh mal bitte geh mal bitte da hin und lass ich lass dich mal bitte reparieren dankeschön so und ja, Tabakwaren wird ein Problem also Nahrung habe ich, Stoffe habe ich das heißt, Mobi braucht eigentlich gerade gar nicht mehr rumfahren wähle ich eine Route für die Stoffe habe ich eine neue Route für die Nahrungsaufnahme gesetzt so das heißt, ich könnte da oben jetzt wirklich langsam anfangen ok, ich muss mir da eine Liste machen ich könnte da oben wirklich dann langsam anfangen Tabak zu bauen das sehen wir uns dann aber in der nächsten Aufnahmesitzung an ich denke, an dieser Stelle mache ich eine kleine Pause bedanke mich für die Aufmerksamkeit soweit wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen beziehungsweise bis spät, Täter Cheerio und so speichern gesichert zack und auf Wiedersehen